Machen, kein Problem. Brauchst du einen Ofen? Ähm, ne, ich bin erstmal pissen. Ich bin erstmal pissen. Okay. Während das Let's Play Hammer geil. Auf jeden Fall. So. So. So, ich bin wieder da. Okay. Ähm, ich hab keine Hühnchen mehr. Du bekommst Fleisch. Also ich hab kein rohes Hühnchen mehr. Beziehungsweise ich hab keine Hühner gekillt. Dafür hab ich Zuckerrohr. Ja, Fleisch geht. Dann pack ich mal den Schrott einfach nach oben. Rostolz? Nö. Brauchst du Kohle? Nö. Okay, weil ich hab 50 Kohle. Ich hab selber 22 Kohle. Ich hab genug. Zusammen sind's über ein Stack. Welches Level bist du? Ich bin Level 8. Ich bin Level 3. F3. Ah. 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 Da, 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 da. Mal die Position mal aufnehmen. Oh ja, warte. F3. Ah, die allerersten... Ich hab jetzt zwei gefunden, ne? Ja. Ein Epic gebildet hier. So, ich würd sagen, ich cheat uns dann jetzt mal kurz wieder Tag, weil ansonsten, wir müssen ja die dann jetzt erwarten, ne? Ja. Nicht schwer dafür. Sorry, Leute, aber ihr wollt doch sicherlich auch nicht die ganze Zeit so. Die erste Nacht, die war okay, da könnt ihr, da könnt ihr euch mal was vorlesen. Aber da, da gibt's nichts. Ich würd sagen, äh, wir craften uns. Hammer, hammer, geil, hammer, 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 geil. Yay. Brauchen wir im Kampf gegen Endermans. Au. Und Siets brauchen wir auch. Sagen wir machen, ähm... Das haben wir hab ich genug. Ne, ähm, Dingensbumster, ähm, Pumpkins Siets meine ich jetzt. Ähm, ich hab ne gute Idee. Okay. Ähm, aber da muss ich weiter runter. Ich glaub, ich überlebe nicht. Da muss ich weiter runter. Ich glaub, ähm, du weißt, was ich weiter runter, oder? Da will. Hammer, geil, da ist ein Skelett. Au. 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 Nein! Ist tot. Scheiße, ich bin fast, ich bin fast gestorben. 3 AP. Und ins Wasser. Bam. Dann schwimmen wir erst mal um die Insel rum, würde ich sagen. Um die Insel? Ja. Ähm, Flo, Flo, ich glaub mal, du bist dumm. Warum? Ähm, kennst du das Logik? Was? Kennst du das Wort Logik? Ja, kenn ich. Warum? Das hast du gerade nicht ausgenutzt. Warum denn? Wir sind doch jetzt eh hier runter. Wir sind doch jetzt eh hier unten. Ja, ich glaub, du weißt nicht, was ich mein. Wüsst du denn überhaupt? Immer noch, ähm, beim, was, beim Anfang. Ja, dann komm. Oh, wenn ich aufnehmen würde, oder? Pff. Ja, Spitzsacke zum Abkommen einer Crafting, ähm, Insta-Craft-Tandels. Spitzsacke gemacht, komm. Sehst du mich? Ja, ich seh dich. Guck mal, die Technik nutzen noch doll. Äh, hallo? Florian, hallo, hier. Willst du auch eins? Ne, ne, danke. Ich seh schon wieder den Nix. Nur, jetzt hab ich extra ein. Ich hab dir jetzt extra eine gecraft. Sehr liebend, ist sehr lieb von dir. Oh, ich glaub, das ist dein Lincoln's Ei, oder? Ja, und mein rechtes ist auch noch da. Sein rechtes hab ich dir doch gleich gegeben, oder? Warte mal, dann ist das Ei, das ist vielleicht ein Lincoln's Ei. Ich spür das grad nicht. So. Ich würd sagen, hier gibt's nicht mehr, dass wir zu sehen, oder? Wollde ich auch sagen, oder? Ich seh da schon wieder Berge. Ja, hinter Berge, ähm... Vielleicht trägst du mir auch einen Dschungel-Tempel und einen Wüstentempel. Und Schafe sehe ich. Ja. Ich mach mir das besser, gleich meine Schere. Schafe sind wichtig. Da kann man endlich die scheiß Nächte überspringen. Ja, schön. Wald. Ja, da hast du recht. Ja, okay. Ich glaub, hier ist es unwahrscheinlich, die, ähm, NPC finden. Die Wüste ist immer noch aus, die zum NPC finden. Ich würd's sagen, du tust dir mal ne Schere machen. Oh, dazu braucht man kein Crafting Table, du Arsch. Ja. Oder recht, das hast du recht. Ich bleib mal hier und warte, was du gemacht hast, dann kann man weiterschwimmen. Du brauchst mindestens neun Wolle. Ich schau mal, wie viel Wolle ich jetzt habe. Ich hab jetzt... Fünf Wolle. Wie viel? Fünf. Fünf. Also, da ist noch ein Schafen geschoren. Es war schon geschoren, es hat gerade Gras gefressen. Achso. Wie viel hast du jetzt? Ähm, jetzt hab ich sechs. Ich kann dabei noch mal einen Baum abbauen. Ja. Wir können eventuell hier jetzt erstmal ganz viel Bäume farben, oder? Ne, das ist ein bisschen Zeitverschwendung. Ich guck erstmal, ob da noch eins Gras gefressen hat, weil neun wären nice. Okay. Wir warten, wir warten, bis wir neun haben. Warum neun? Wir fahren doch neun sechs. Ähm, Tim kommt ja sicherlich noch dazu. Ja. Ja, ich denk auch an ihn. Ich schwimm hier mal so ein bisschen herum, okay? Ja. Ich achte dabei auf die Schafe. So, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist hier... Stand, also hier ist auch ein Hektar Wald. Nein! Mein Boot ist am Arsch. Haha, ich seh, wo du bist, ne? Lol, warum... Nein, das mit den Schafen wird nichts. Die wollen nichts fressen. Ja, lol, warum ist hier alles kommt ja noch vom Boot? Seit wann kann Holz schwimmen? Nein, der nicht. Egal. Aber ums Essen müssen wir uns erstmal keine Sorgen mehr machen. Ja, auf jeden Fall. Und am Anfang, wir hatten früher in der zweiten Staffel voll die Essensprobleme. So, dass wir sogar angeln mussten. Dass du angeln musstest. Den hat auch so lange geangelt. Ja, dass ihr beide angeln musstet. Ähm, äh, das ist Bambus. Egal, scheiß auf die Schafe. Dann kann sicherlich noch ein paar Schafe treffen. Ja, das denke ich auch auf unserer kleinen Weltreise. Haben wir geil, wie die Bäume wachsen. Ich würde mal sagen, du kommst mal hier. Ja, ich komm gleich. Ja, ich schwimm hier nochmal so. Ich seh noch ein paar Schweine, die möchte ich noch killen. Okay, ich tu hier nochmal rumschwimmen. Also hier ist auf jeden Fall ganz viel Sand. Okay. Ursprungsweise, ähm, ein Waldberg. Also ein großer Berg, wo ein Wald ist. Okay. Das finde ich auch epic. Ja. Ich würde mal sagen, ähm, du musst mal hier so ein bisschen in den Wald rein. Also da, wo du gerade bist, du tust da auch mal F3. F3? Ja, F3. Also Position markieren. Passe. Wenn ich jetzt damit, dass du Dienstmahme hast. Ja, okay. Dann haben wir sie wenigstens, dann haben wir sie wenigstens MP-Aufnahme. Dann können wir auch eine rückreisen. Hammer, geil. Hier ist nichts außer so einer, ähm, hier ist wieder so ein fetter Berg. Epic. Hier ist wieder mal so ein epic Berg. Ja, ich komme. Und ein Steinblock. Ja, da war gerade, ähm, kleiner Fehler. Ähm, ja, wirklich Berg. Okay, wo bist du denn? Ähm, entweder das ist jetzt ein Bug, oder... Okay, das ladet sich noch. Ich bin einfach nach vorne geschwommen. Ich komme mal. So, abbiegen, Boot. Und... Zurück. Okay, ich bin... Ich komme dahin, wo mein Boot, ähm, dann kaputt gegangen ist. Okay, da komme ich auch sofort hin. Okay. Und Boot fahren so leicht. Okay. Ähnlich was die meisten für ein Problem haben. Nnennennennennennennennennennennennennennennennennennen. Okay, gut. Jetzt habe ich 8 Wolle. Gut. Ist hier noch ein Schaf. Die eine können wir... Die eine können wir uns... Offscreen-MT. Jetzt habe ich 9 Wolle. Yay, okay, auf die Wolle können wir jetzt erst mal... Okay, auf die Wolle müssen die jetzt scheißen. Ich glaube, ich habe gerade irgendeinen Namen gesehen. Okay, doch nicht. Ja, jetzt kommt wieder Minecraft-Lieb. Ich finde eigentlich die Minecraft-Musik hammergeil. Hier sind noch mal ein paar Schafe... Ja, okay, das waren die. Hm? Also, ich unterlege die Minecraft-Musik im Let's Play. Also, ich finde, wenn ich sie allein so anhöre, eigentlich hammergeil. Ich weiß nicht, was die meisten dagegen haben und sie einfach so ausschneiden. Okay, ähm... In der Saison ist es ja vielleicht meistens nötig, aber es gibt auch schon einen geilen Sieg. Richtig hammergeile. Okay. Also, ich komme jetzt sofort. So, ich bin jetzt hier. Achso, ich sehe dich. Hallo, hier, hier, hier. Ja, ja. Uhu. Ich sehe dich, ja. Moment, ich habe jetzt 24 Wolle. Und mein Inventar ist voll. 40 Wolle? 24. Oh Gott. Und mein Inventar ist voll. Gott. Schmeiß einfach Mist weg. Ich habe ja keinen Mist, das ist ja das. Dann gib mir ein paar Sachen. Ja, obwohl, ich habe, ähm... Sand. Ne Erde gibt es zu Genüge. Sand auch. So. Sand habe ich ja. Ja. Und, ähm, Sand gibt es ja jetzt auch genug. Ja. Okay. Gib mir auch mal ein Boot, bitte. Hast du eins? Äh, nö, ich habe ja eins kaputt gemacht. Wegen, ähm, es ist jetzt eigentlich deins. Craft dir mal selber eins. Ich kann mir ein bisschen Holz geben, brauchst du? Okay. Okay. Weil ich habe genau, lol, irgendwie war es gerade in der Luft bei mir. Hier ist ein Boot. Oh. Na hier, hier schwimmt ein Boot rum. Das ist mein Boot. Ach so. Da muss ich... Ich graf mir mal schnell selber eins. Oh, oh, es ist, glaube ich, dunkel. Ja. Okay, dann mache ich mal kurz ein Timeset. Ne, ne, wir haben ja Bette. Oh ja, wir können uns betten machen. Also wir können uns betten machen. Ich habe ja noch genug Holz. Und du auch. Mein Boot, pack mal ein. Äh, scheiße, ich muss mal zu dir kommen, ein bisschen Würzeln. Ich bin nicht weit weg. Okay, beim Zuckerhauer. Beim Zuckerhauer. Ach so. So, und stoppen und einparken. Und raus. Oh, ich höre schon die ersten Songs, Hammer. Geil. Ich bin jetzt genau beim Zuckerhauer. Und sehe deinen Namen. Na, auch die Tür. Muss nicht so ausbreiten, nur, ähm... Es ist, ähm... Noch eins höher und, ähm, dann noch zwei Bette. Oh Gott. Ich glaube, ich habe unsere Öfen da gelassen. Nein, ich habe sie. Ach so, du hast sie. Okay. Dann stellst du sie mal bitte auf. Auf jeden. Alle beide bitte. Ja. Der Muffin-Mann hat immer alles dabei. Ich habe nämlich Hühnchen und all sowas. Der Muffin-Mann hat immer alles dabei. Oh, hast du schon die Bette gecraftet? Nee, noch nicht, mache ich sofort. Ich mache gerade erst mal Essen für mich. Ich habe immer noch volle Hummers leise. Ja, du weißt auch nicht, wann du Essen brauchst, ne? Naja, ich habe gerade sechs Hühnchen und drei Fleisch. Also Schwein. Oh, na, geil, du kleiner Cheater. Danke. Ähm, mein Bett ist neben dem Ofen, damit ich schön warm habe. Okay. Ja, ich brauche jetzt ein bisschen Schlaf. Ja, ich auch. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, liebe Sorgen. Das Fleisch dauert. Ja, das Fleisch dauert. Ich tue mal so lange, ähm, gucken, ob hier Creeper sind. Ja, nimmst du dann dein Bett mit? Hab ich schon. Dein Bett ist auch bei mir noch da. Oh.